3A, 2B 3A, 2B G andere Seite G A Die andere Seite von B Fernseh Der ist ja schon durchgelaufen Boah, wer hat mich da weggeschubst? Ich messer den jetzt Okay Sehr laut gerade Ich höre es lauter als Spiel Das kann nicht sein Ich höre Steps Selbst ich verstehe das gerade Ich habe keine Scheiße Ja, da würde ich mal die Ohrensäure machen Bomba ist oberhalb Balkon Oben Balkon Er hat die Beine breit gemacht Oh mein Gott Einer ist Mitte, lang kommt jetzt lang 2 Er hat nur noch 5 Einer ist Ulow Und diesmal meine ich wirklich Ach komm Beide Onspot Ne, einer Library und einen Onspot Glaub ich Ich glaub's halt wirklich Ich glaub's halt wirklich Supi Ich spielte Komplett Ohne Stützräder Ramon und Kai spielt einfach konstant B Ich mach mit denen A Okay Ramon Nimm den Nate mit, es gibt ein huge Gameplay Ja Ja Die wird da jetzt runtergepfeffert Junge Jetzt gibt's kein Morgen mehr Die überschlagen sich jetzt Der Nix Mitte, es könnte ein B werden Flash Mitte Was denn da? Sieht aus wie ein B Bombe ist schon gesehen? Ne Bombe ist nicht schon, sorry Steppt mal aus Geh weg Verkauf mich 2 Ronny Bombe A, Bombe A Oh mein Gott, die haben mich so krass abgebrannt Bombe A, Ramon Ja, zwei Buschmechan B Der Nate Sekt Huber verschiebt gerade Alter, was ist das? Dreischeln die Kugeln oder was? Dreischeln die Kugeln oder was? Und die wollen nicht stechen Ich konnte nicht stechen? Du hast, du hast so schnell, du hast die Waffe gewechselt Und dann hast du nicht genug Zeit verbracht, bis du das Messer hattest Warum konntest du nicht stechen? Die haben so reingestorben Ähh Oh mein Es tut so weh Ich komm kurz mit B Ich fläch kurz und dann komm ich rüber zu A wieder Nett von dir, dass du das tust für uns, Bruder Danke Die müssen eigentlich full gewesen sein Haben wir so viel getrunken? Du Aber ich hab gar keinen Peek deswegen Ach, Bonny, der ist schon durch, wo warst du denn? Was hast du passiert denn? Ähh Und was hast du denn gedeckt? Geflasht Oh mein Gott Danke für den Support hier Schön, Rolly Jenski Ah, yo Support die Locals, Bruder Da ist leider Sind zwei durch Wurde Local Dealers Oh mein es bin voll Einer kommt Einer kommt Er versucht sich zu messen, bestimmt Er steht da irgendwo bestimmt close vor Hm Er stand close davor Einer Einer fit, so wie es aussieht Einer On-Spot bestimmt Ja Einer On-Spot Wegs um die Ecke Deiner Waffe Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und er wird weg Ich merfe noch Aber 58 und 3 habe ich mit der MP auch noch nie gesehen Geil, wo ich sitze Warum sitze ich hier noch? Oh nee, geh mal bitte Dirk, geh mal kurz B mit Ich geh mal kurz mit Ich würde nicht biegen, Bruder Ich hab einen First Better Spawn da Wir haben einen Auto-Tacker Ich hab's gesehen Die übertreiben komplett ihre Rolex Oh mein Gott Oh mein Gott Die sind komplett wurscht Bommelig Die spielen das gerade so frech Haben mich Schön, Sven Ich hab zwei geholt Einer müsste, einer mit drüben noch Der ist das letzte, 70 hat er noch Geh bitte auf den B-Spot, Ramon Nee, der hat die Bomme nicht Bomme liegt da vorne Okay, sorry Halt du mal oben ab, Dirk Genau, da Du weißt ja, sieh dich vor dir Vor du ihm siehst, Ramon, wenn du so stehst Echt? Ja Ich sag, der kann auch über CT kommen, ne? Der steht mitte Okay Da ist er gesmoked Hat er da schon eine One-Way gelegt Jetzt kommen wir aus dem Oh, Ramon Werft wirkt Der kommt unten rechts Unten rechts Short Ja genau, Short Da kommt der, wenn Der kann auch über Apartments gehen Der kann auch auf Koppeler B gehen Ja, ich rotier, man Da ist wahrscheinlich öfter, dass die Bomme weggesnackt, weil Ramon einfach scheiße ist Ah, nee, sorry, die Runde ist ja vorbei bei Dust Äh, bei Dings Okay Da ist B, kanns rübergehen, Dirk Dirk ist B Da Ich pushen Pushen Oh mei Schön Bruder Du musst mir die AK mit, kriegst du von mir Nee Okay, kriegst du dann nicht, fick dich Du hast doch gar kein Geld dafür Doch, ich krieg jetzt noch ein bisschen Geld Wir haben die die Houston, oder? Ja, ja Könnte mir sogar eine Awe leisten Du Pietsch Du Pietsch Digga Kann man eigentlich auch die Wiener tasern? Ja Danke Aber die tasern wir schon zurück, ist das Problem Wo lau' ich hin? Nach A, nach B Wo kommst du A? Ich dachte, das wäre A Stell dir mal vor, zu drehen, würde ich einfach brechen, bitte zurück Boah, das ist goldene Hohle entstand Wäre auch cool, wenn es einfach zerplatzen wird Ja, tun wir es oder so immer Aber in so einer Blutklappe Flashbang out Gritiert out Schmitte, Steps Steps Hier, Bedeckung, Scharotter Ach komm, noch einer Los, dich Hab mich Ihr müsst immer gucken, dass er wenigstens einen wegholt, Roni Einer kommt lang Nicht schießen, nicht schießen Doch, doch Na gut Ja, einer außenrum Einer, diesen Onspot an der Pit Einer Pit, Bruder Flash raus Oder Balkon Pit oder Balkon Pit, 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 Pit Schön, Pit down Letzte Onspot, Onspot 24, 20, schön Schön Ist noch einer, ist noch einer Ja, aber der ist low Achso, der zählt ja nicht mehr Oh, so ein Hohleinser Erzählt nicht mehr, wenn der low ist, Bruder, weißt du doch Ja, stimmt, hab ich ganz vergessen Ist ja die Regelung Willkommen da Können wir mal bitte 4A spielen? Die kommen jede Runde A Einer B Ne, dann geh Ramon mit A Ne Durchsicht ganz schön Ja, wenn jetzt Wenn jetzt wirklich die kommen Ja, dann haben die an Die A oder was? Wenn jetzt B kommt, dann drücke ich erst 12 Ah, die kommen B Komm B? Ne, Bombe liegt, äh, Mitte Bei B Bei Banane Ist einer bei dir, Ramon Ist einer bei dir, Ronny Look at that flicks, Junge Banane, einer noch Verschieb mal Der geht wieder zurück, der geht wieder zurück Einer ist da oben gewesen Bombe ist ja bei Ronny gewesen Mitte, Mitte steht unten Äh, Mitte unten steht Bombe Bleibt da trotzdem besser weh Die gehen wahrscheinlich jetzt Banane Die gehen wahrscheinlich doch weh hoch Hm, vielleicht Haben die Bombe denn noch, oder? Ja, ja, geht B, B, B Geh in Scope Ähm, einer steht noch, einer steht noch Banane am K Der kommt jetzt, der kommt Ramon Der kommt Hier? Ja, ja Der steht rechts in der Korne In der Smoke, rechts in der Smoke Der steht direkt ganz rechts in der Ecke In der Smoke Der steht direkt neben dir, quasi Hm Ah, komm, schade, ich dachte, ich kann jetzt so Sneaky beaky Der steht rechts Und einer links Baby Shark, Alter 10-1, wir werden den verarschen Team Level 2 Was vergesst du zu schreiben gegen den Strich? Ah, der hat so So huge a place, der Boy Smoke, bei mir Der bangt Der bangt mich komplett Ha, ha Ah, kommt, er kommt Ihr könnt über CT kommen CT ist offen Kurz Balkon auch 2 Short, einer lang Lang Fuck Danke, Ramon Wofür? 3 Short, einer lang Fürs Fünnchen Lang ist der Hacker Ben Lang ist tot Ne, lang ist ich der Hacker Fake Call Er hat kurz übertrieben gelackt Da steht Pit Answort auch was? Ja Ganz rechts in der Korne Geh auf den Roller Geh auf den Roller Geh auf den Okay, wir gehen nicht auf den Roller Ich hätte einfach auf den Roller gehen sollen Wenn ich drehe rund mit dem Roller, sagst du? Nein, dann hättest du da hochgehen können Nicht so kompliziert, wie Kai gerade macht Ja Du hast noch nicht mehr Doch, doch Doch, doch Doch, doch Doch, doch Doch, doch Du hättest Ramon, hör einfach auf mich Wenn ich nächstes Mal sage Was du machen sollst Ne, stelle ich mich auf dich Aber der hat nichts geändert, der Baby Shark Ich bin immer noch dreist Dem Profil mal abchecken Ja, Ukraine Ja, das ist schon Das sagt alles Das wollte ich gerade auch sagen Ukraine Der hat an Ich meine, der hat 900 Stunden, ne? Ja, ja, ich weiß auch Aber du kannst ja das noch Accounts kaufen Die so viele Stunden haben Das ist wie ein Hass auf Dings Ach, die Eier Ach, komm Oben, ne? Ja, 44 und 2 Ich glaube, die wechseln sich ab Der Erste und der Zweite Wechseln sich, glaube ich Ach, das ist ja auch Ukrainer Geht ganz links in die Ecke, Ronny Das ist ein Scheißspot Den du da hast Wo kommen die hier, Kai? Burku Die kommen über CT Die Mitte, einer kommt short Ronny, direkt vor dir Boah, ja, der hat so an Hinter dir, Dirk Kommt einer Die sind schon on spot Der endet dich ab Von oben, von unten Das ist alles andere Außer gut, was sie hier spielen Das, äh, weiß nicht Ich wollte schon lange nicht mehr so hops genommen Ich fern ab von gut und böse Letzte Woche Nee, aber nicht so, Ronny Das ist mehr als unendet Die einzige Runde, die ich geholt hab, war, 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 weil ich nur der Smoke drin stand Unmöglicherweise Vielleicht wurden die nicht ganz dreist machen Wissen anscheinend nicht, wie man richtig Oh Nur richtig, oh B? Einer war B Entspannt euch Noch habe ich den Spot Ich meine, ich habe ja natürlich auch Ramon auf dem Spot Der eigentlich gar nichts Gar nichts zu suchen hat, der Plep Ich bin aggressiver Jacko, Junge Oh, sorry Baby Shark ist bei mir Der ist, ähm, 28 Runtergesprungen, der geht über B Der gehört über falsche Mitte Weißt du, der war Neljutschuss? Der geht über falsche Mitte Der geht über falsche Mitte Wir haben eine Bombe Ja, ja Der kommt jetzt Ich weiß Oh, nieder Bei einem Schirm gehst du mir hoch, der Hurensohn Das musst du Mir liegt doch eine Awe Nö Mit Hände Ja, der hat der Acker Kann ich verstehen Ich habe Acker vom Baby Shark ist Ich habe ihn gerade einfach so durch die Wand gebankt Ja War einfach so im Kopf geäbt War mir scheißegal Wir kennen kein nix Wollte ich gerade auch sagen Wir kennen da nix Ja, ich meine Ein Lucky Shot in der Runde kann ja mal sein Vor allem ist das eine Wand, wo man halt oft bankt Oh, meine Güte Erst dann, wenn er Die Fahne übrigens Full B Die Fahne aggressiv ist B Echt? Ja Zwei Zwei, drei Leute Komm, ist bei dir Jungs, guck mal, ob wir von den Fall bekommen Okay Ja, das ist 70 Wo steht der da? Einer steht links Einer steht links close Einer steht links close Mal schon da bleiben Da wird mal kurz reingefickt Alter, block mich doch nicht Hältst du den Schnauzen da drüben? Da drüben, ich stehe da neben dir Ist egal Da drüben Alles was dich hörst du hältst den Schnauzen Ronny, geh jetzt wieder dahin, wo du gerade standst In der Hocke Ich frage mich, ich frage mich Wann die es raffen Dass sie es wie bei Valorant machen Alter Und dass du im Spawner verkaufen kannst Dem was? Dass sie es wie bei Valorant machen Dass du noch verkaufen kannst Was verkaufen? Ja, zum Beispiel Nades oder so Oder wenn du dich verkauft hast Dass du eine andere Waffe kaufen kannst So wie bei Valorant halt Hoch, Ronny Aufstehen Aufstehen Als du Valorant erkennst Ah, jetzt Selbst ab A Apartment drin Mh, komm rüber Balkon Hier, verschieb Ronny Verschieb rüber zu dir Hat mich Zwei Stück noch oben Geil, ist irgendwas Geil, bitte screen Außer Short steht einer Short Oh, schöner Boost sein Oh, Balkon Balkon, Balkon Haben gesehen Der geht zurück Geht zurück Verarm uns, schön Sauber Armer Danke, danke Hey, Kai, du spielst gerade Schissen, ne? Bitte Wen hast du beschissen? Genau Der hat sich in die Hose geschissen Ich mach hier nur An, aus, an, aus, an, aus Ja, alles gut, alles gut Lass doch einfach an Na, wieso? Ich carry doch Solange die mich nicht abfucken Aber dass ich mal auf der Map hier positiv stehe Ist alles andere als normal HIV bist du auch positiv, hab ich gehört Ja, ja, nebenbei immer mal Boah, ja Mit deinem Peugeot, Alter Ich hab gehört, wenn man Peugeot fährt, ist man automatisch schwul, Alter Und wer dein Peugeot Hey, fantastisch Ja, hey, Junge, ist der fucking Usain Bolt oder wie schnell ist der Geht drüber Aber wo bist du? Verschiebt Oder was? Bin doch schon unterwegs Ja, geht nicht platt Minus 67 Achso Durch, weg, durch die Smoke weggenommen Naja, bringt nix Oh, Gott, wird nicht platt Weißt, einer noch rechts Der brennt dich komplett ab Ach, komm Ja, ich, was soll ich machen? Verkauf Das Maul drückt man genauso viel wie ich Und der ist rechts, der ist der Sandzack Schön Ah, hinkt's um die Ecke an der Kaffee Es hinkt an dir, doch Es hinkt an dir Ja, aber Nene, nix, aber Es hinkt an dir Dafür trägst du Montag die Werkzeugkoffer Morgen Ah, willst du morgen auch arbeiten, die Ärmenschweine Hm, du auch? Nö Und Baum dann auch? Wir müssen auch noch andere Leute haben Ja, so Einzelhändler Und andere Leute, so Ich nicht, ne? Äh, Ärzte nicht, hab ich gehört Du arbeitest doch schon seit vier Jahren schon wieder nicht, ey Wer? Will doch kein Ramon Mobau, Junge Das ist wahre Gabelstaplerfahrer Unterbelichtete ist etwas Der ist schon durch, ne, Kai? Einer ist B Der ist Grafer durch Einer geht wieder zurück von B Nicht blocken, Ronny Boah Der letzte müsste falsche Mitte sein Ich möchte auch schon mal einfach mit der M4 weiterspielen sollen Er ist, äh Banane unter 23 Geht auf B Geht auf B Er ist Banane am stehen gewesen Steht immer noch da? Okay Der hat einen Falcon Knife Doppler, Alter FN, Junge Das ist, das ist Black Pearl, Alter Uh, Sven, jetzt geht's los Achso, okay Der klassische Sven, maybe turn off Ich hab die Festplatte in Wundschäcken Die Festplatte? Ich hab so einen großen Heck Der muss auf die Festplatte Unter 5TB läuft da hier auch nichts Boah, ich hab heute echt oft geleast, ich glaub ich hab Corona Stabil Erstmal das ganze BGE angesteckt Corona, Morona Ich find die süße Variante noch cooler Korönchen, Morönchen Süß, ja Da kommt noch mehr, Ronny Muss noch sein, was wird kommen, wenn er leistet Wenn den Schwestern dagegen kommt Oh Gott Abschweinend, sie sind schon raus Baby Shark, Shark, Shark Baby Shark, Shark, Shark Wollen wir da und bei mir? Mhm Letzter müsste auch mit dir gewesen sein Säuber Säuber Ich muss noch kurz meinen Namen ändern Pfff, ein Litch Der muss zum Morgen auch nicht ra- äh, musst du morgen nicht ra- äh, musst du morgen nicht rabern? Doch, leider schon Ich wollte einfach, ich wollte einfach mal cool sein Zu den coolen, zu den coolen Jungs gern Die nicht mehr arbeiten gehen müssen Ja, ausgesorgt Durchschnitt D-Coin Hahaha 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 So richtiger Hund Im wahrsten Sinne des Wortes Haufen Kai, machst du was von da? Achso, sorry Ach komm, die Schäden vor A, die, äh, Mitte pusht Ich könnte CT kommen, passt auf Ich könnte CT kommen, Ramon Links Der Kai ist auch noch da Der Ramon, Kai macht doch nichts Ist egal Du musst dich umbelnnen Guck, CT, links von dir Du warst schon tot Ah, wieder oben Oben sitzt der Bevor ich Babyshark töte, muss ich mich Whiteshark nennen Schön, Ronny, schön, schön Schön, schön Guck einfach Short Der da oben hörst du, wenn der, wenn der, wenn der steppt Der steppt nicht mehr Bevor ich den Babyshark töte, muss ich mich Whiteshark nennen, tut mir leid Kaffee Schenkel Kleiner Hai Aber schön Großer Hai Großer Hai Dün 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 Weißer Hai Ich hab Bombe Boah, Junge Ist jetzt gut? Wir laufen jetzt Mitte, Richtung B Überzehlt hier also Ich mach T-Spawn Wir geben jetzt erstmal zwei Headshots an die Leute und dann gehen wir weiter Ja Okay Hier fahren Banane runter, by the way Ich bin geblendet Ja, kommt Ich bin tot Hallo CT, bist du top? Komm, ich bin top, es gibt ihnen gar nichts mehr Komm, Ronny Ich bin hinter dir Einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch Wo denn? Wo denn? Da kommt Luft Sag das doch direkt Ah ja, sie reporten Wieder wild auf Reports Falsche Mitte Er blockt mich denn da Ist kein in deiner Nähe Irgendwann hat mich geblockt Entschuldigung, da war ein Hühnchen Ey, da reicht nur mit zwei oben Kommt Bei uns wird es frier Ja Entschuldigung, da war ein Hühnchen Super Ja, war wichtig Okay, der beißt dann schon drauf Der eine ist CT Der könnte Library oder lang kommen Bei der Bei der Bei der Bei der Bei der wegen Im Fernen das eigentlich deine favorite Map, oder? Mh, du mich auch Ja, die läuft auf jeden Fall besser als CT ich also Ich würd's nur noch mal überlegen Hi Fourmaongon, damit drückste was Mi 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 Habe ich für dich extra gekauft Danke, danke, Ramonze Das ist nicht von der letzten Runde, ne? Ne, ne. X war gekauft. Hast du als Terrorist noch nie ne Max-7 gekauft? Okay. Was machst du, Ronny? Ronny, Ronny, ich steh dich dran. Ich muss mir kurz durchatmen. Entschuldigung. Keine Ahnung. Ich war eigentlich weit genug weg von dir. Keine Ahnung. Du standst in meinem Arsch. Und hat du jetzt gefallen? Hier mit Haas. Oh mein Gott. Wer hat den Molly hier geworfen? Der gehört in die Hölle. Ja, Strebin. Kein einziger Edge. In der Seite steht einer. Echt, der kommt? Ach, zwei. Fuck. Da steht noch ne On-Spot. Mach ich, oder? Ja. Nein, Gott. Ihr müsst auch schon den Spot gucken, wenn ihr drauf geht. Bitte, Leute. Hat mich. Bruder. Schaut's jetzt. Erstmal ist das Friedhof. Das Graveyard. Oh, ich sammle schon wieder was auf. Das ist so laut. Das sind die Gegner nicht. Ich. Wenn du über was drüber laufst, dann ist das auch so mit Sonny. Christ. Win. Ace. Ace. Oh. Wo kannst du in den Brunnen rumlaufen? Boah, äh, Dirk, das ist jetzt auch und Ronny. Das ist grad nicht eure Runde, oder? Der ist nicht unserer Map. Wir bieten doch alle. Buh! Hahaha. Boah, Sche. Der ist aber stark am Heulen. Er ist schon Pity-Level. Ja, du kannst auch Alex. Alex ist auch die Pity geworden. Uh. Report. Geht doch, Ronny, ich glaube, die Hühnchen müssen killen. Sind auf jeden Fall welche CT? Einer ist Half-Life. Ich bin getroffen. Ah, Armand, du hast die Bombe. Entschuldigung. Ich blente. Soll ich ja für den zweiten Ace machen, auch frech? Ja. Da ist W.H. Ich glaube, der wird ja vorher geklaut. Vielleicht? Vielleicht war der. Ach, komm. Okay, weiter. Warum willst du den höchsten Time-Out machen? Ja. Ich hab eigentlich gedacht, du würdest Kalkkicken. Hahaha, Kalkkicken. Warum macht ihr einen Time-Out? Ich muss aufs Klo. Hä? Smurfs? Ding ist das gut. Ich hab's. Ich hab's. Wir hassen dich, Bruder. ich schreibe er schreibt movement ist trash and crosshair ist es ist ein erst so weiß er dass das minus akk schreiben wenn man so low ist, dann ist man auch echt selber schuld was sagst du? wenn man so low ist, dann ist man auch echt selber schuld jungs, blinds, allem alle jawohl, viel Flasch ist ins Gesicht gekommen ja man, so geht das nicht gesehen warte, CT kommt nicht gesehen, links irgendwo schön warte, wo wird das denn geschossen? in der Negev das ist Negev aber wie gesagt, das ist nur für Pro-Player das ist Ronnys Favourite-Waffe hast du bis jetzt noch nicht gespielt, Ronny? hab ich schon ja? mhm hab ich getroffen, ne? scheißte auf Erfüllung scheiß auf Erfüllung zwei war ein? ne, ein schnauzehund schnauzehund hattet 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 doch gestorben das ist einfach eine Frechheit hattet hast du dich nicht drauf gesetzt? ja und was soll das jetzt heißen? dass er sterben wollte oder was? ich hatte den Eindruck hattet 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 noch D tal hattet g Ich hab noch 14 Projekt, die Fläche gibt's da Turtle zu? Hey, das war seine Da steht auch einer CT, ne Bruder? Meine ich rechts Du siehst den Kopf Ja, wie war das nicht drauf? Hä? Achso Minus 67 Manchmal muss man das nicht verstehen, Bruder Aber ohne Scheiß, ich war da drauf, oder? Ja Wollen wir zurückgehen? Eben war ich auch mit der USP drauf Warst du nicht? Doch Aber der ist auf... Also einer ist noch auf A Heißt du, der hat 2B Ja, 2B Einen nehm ich jetzt raus Letztes Graveyard Ich weiß noch nicht, wo das ist Graveyard ist rechts Komm drauf, komm auf den Spot, komm auf den Spot Hatt's mich Boah, der hat euch beide Ja, ich... Ja, wir standen zufällig in einer Linie Oh mein Gott Beste Flash Und schau wie er folgt Und schau wie er folgt Ja Ja, der hat noch einen Bildschirm Ja, der hat noch einen Bildschirm Ja, der hat noch einen Bildschirm Genau Ist der noch kleiner geworden? Ne, ich habe jetzt einen 24 Zoll curved Perved 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 Ich habe noch einen Bildschirm gesehen Trotzdem bin ich getroffen Yo Sorry, Bombe liegt Bombe liegt es ein Fuck Du musst doch Wörter haben, Ronny Ja, ich habe den auch gehört Ich dachte, er wäre noch weiter weggegangen Scheiß, kriegst du da keinen Stress mit deiner Frau? Nö Wird die Alte übers Knie gelegt Wie immer Kommt nach der Arbeit, kommt in die Tür rein Ich hab Bombe Ich, Mann, du nichts Uga, Uga Ne, sag' nur Uga, Uga Ne, sag' nur Uga, Uga Uga Uga, Uga Ne, sag' nur Uga, Uga Ne, sag' nur Uga, Uga Uga Ja, safe Funktioniert immer Jetzt reporten ich und die eigenen Kollegen Ja, ja 7 Hallo Hallo Ligger Ach Aber du hast es aber heute den Menschen muss reinzulaufen, oder? Ich habe hier keinen Bock mehr auf mein Leben Wer wer? Einer ist oben Vorsicht, da ist einer drin, Sven Boah, ich bin so blind Ich bin so blind, Junge Ich war noch nie so blind Ach, du hast es gerade gesehen, Ramon? Nein Wirklich nicht? Nein Der stand dann in Ruhe, ne? Ich hab den nur aus seinem Kopf geaimt Drücke Und der Schuss hat einfach nicht connected Der Schuss ging einfach nicht in seinen Kopf rein Wird auch nicht an seiner Stelle So, ne, das ist, das war gar echt Das ist der Beweis, dass Die Hitbox über CSGO Schrott sind Findste Wir haben noch die Bombe, komm auf A Äh, geh auf B Dirk, geh auf die B Von hinten kommt einer, ne? Okay Oh mein Gott Fast geschobt Komm Nimm ein Bein in die Hand Geh drauf auf den Spot Von links Einer kommt Graveyard Ah, Graveyard 2 Graveyard 2 Du hast echt einen Scheiß-Fontag Du hast echt einen Scheiß-Fontag gehabt, Dirk Ah, egal Und das Match ist weggeworfen, Dirk Du hast alles weggeworfen wieder Dirk, du musst dir weg tun, ne? Ich hatte ja Jor dabei, ne? Mhm Ist das nicht euer Schmucht, Azubi? Doch Ich habe ihm gesagt Du kannst HT und Kupfer zum Lager fahren, ne? Ich leg nur das Er hat mir ja gesagt, dann leg das noch raus, was du brauchst Weil ich hab gesagt, ich brauchst du noch ein paar Sachen HT und ein paar Sachen Kupfer Habe ich dir auf die Seite gelegt Was fährt denn mit zum Lager? Alles Dann stand ich heute da Und konnte nichts tun Erstmal Bis er wieder da war Und das macht er da, wie er geholt hat Der soll ja kein KG bei MOBA holen, oder? Ganz klar Bist du lost, Alter? Bist du irgendwo von der Schleuse geschwommen, Typ? Was sagst du dazu, Dirk? Red nicht von Sachen, wofür du nicht mehr weißt, wofür die sind, Alter Kanal-Grundrohr Heißt das Kanal-Grundrohr? Ja Ist das die Abkürzung für KG? Ja Mhm Ah, hinter mir, der sitzt ähm 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 Und? Da muss der wegtun? Also ich war ja heute, ich konnte heute den ganzen Tag, allerdings war ja den ganzen Tag heute nicht da Ich war ja nur vier Stunden oder sowas da heute Also halbe Stunde einladen, halbe Stunde ausladen Im Endeffekt blieben wir ja nur drei Stunden Jetzt muss ich deswegen arbeiten kommen Aha Ich musste ja noch Leicen Flash Leicer, leicer Komm Zwei private, äh, zwei Kunden hinfahren Am Deuerstag habe ich so gut wie den halben Tag gestemmt Oh ja Ich habe jetzt ein Holzhaus gemacht, Jürgen Was hat mich die Kiste abgefuckt? Geh auf B Geh auf B Ja, nicht da lang Oh Gott Ja, geh einfach irgendwo lang Geh einfach irgendwo lang, super Einer ist noch B, ne? Der rotiert gerade noch ein zweiter rüber zu B Hä? Einen Sekunden, Bruder, safe einfach Einer ist noch nicht Einer ist noch nicht runter Wir bauen jetzt ganz, ganz seriös Jetzt guck dich, warum sieht das aus wie eine seriöse Gruppe die wir haben Ja, ja, ja Wir bauen jetzt ganz seriös Zweite Mitte auf Seriös Ist das so eine Krankheit? Seriös So, ob hier leise bitte Leise, 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 leise Einer steht oben rechts Einer steht oben rechts Wenn du hoch gehst, Sven Einer bitte geht geradeaus Von euch Unten an der Treppe steht einer Geh, 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 komm mit Ach komm, es ist doch lächerlich Guck mal Leider Schön Seriös Ei Ich bin zrowing ein Flanys Auf Ruf Ja, wir sind einfach bei rechts in der Eck Ich sag keine Ahnung Leg dein Ei Leg dein Ei Ihr leg dein Ei Woi, der Rahmon Wir haben den Hinschütter nicht Nein, wir stehen da draußen Ist das wer einer legen Woi Ich hab den morgen gefaltigen Spot auf, weil ich ein Ehrenmann bin Ach auch lecker Er hat einen Autotocker vor. So, jetzt geh ich mal pink. Ich auch. Meiste Hühner massagriert. Ja, 40.